Deutschlandfunk Kultur. Plus 1. Mit Caro Corneli. Ja, ganz herzlich willkommen. Das bin ich. Willkommen zu unserem Plus 1 zum Jahreswechsel. Ich habe einen sehr besonderen Gast, auf den ich mich genau genommen schon 19 Jahre freue. Es ist die Sängerin Judith Holofernes. Das heißt, du bist ja... Ganz herzlich willkommen, Judith. Schön, dass du da bist. Hi. Hallo. Du bist ja noch so viel mehr als eine Sängerin, den meisten aber, denke ich, als Sängerin ein Begriff. Und darum habe ich das gerade gesagt. Du bist aber auch noch Mutter und Autorin zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Ja. Und Vibe auch. Ja, auch das. Ich freue mich schon die ganze Zeit, dir das Folgende gleich zu erzählen. Unsere allererste Begegnung, ohne dass du wirklich physisch dabei warst, die mich aber für immer mit dir verbinden wird, ist so gewesen. Als eure Single Guten Tag rauskam, war ich hochschwanger mit dem ersten Kind. Und diese Single kam im November 2002. Am 5. Dezember kam mein erster Sohn zur Welt. Und ich erinnere mich daran, wie ich mit zunehmender Schwangerschaft wurde, auch mein Hintern immer größer. Und er war so groß. Ja, das passiert. Und dann wusste ich mich immer... Und der Mann mit dem Kindsvater, der fuhr aber ein ganz kleines Auto. Und am Ende der Schwangerschaft war so, dass ich immer nur noch meinen Hintern so versucht habe, sinnvoll zu platzieren. Und wenn ich geahnt habe, dass er an einer guten Position ist, habe ich mich einfach ins Auto plumpsen lassen. Und habe immer gehofft, dass ich den Sitz treffe. Und als ich das dann irgendwann mal wieder gemacht hatte, schaltete der Kindsvater das Radio ein. Und es kamen die goldenen Worte aus dem Radio raus. Guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Und ich dachte... Genau. Aha, so ist es. Und das... Das freut mich sehr. Und das war unsere erste Begegnung. Dass ich dich so begleiten durfte. Ja, und da hast du mich wirklich mit den allerersten Worten... Das war ja auch eure erste Single, die so erfolgreich war. Hast du mich direkt mit den guten... Ersten sieben Worten so dermaßen abgeholt. Und im Grunde... Abgeholt und in den Sitz geschickt. Genau. Und im Grunde dann auch gar nicht mehr losgelassen. Und deswegen freue ich mich sehr, dass es heute zu diesem Interview hier kommt. Es gibt allerdings noch zwei andere Sachen. Das kann ich vielleicht direkt mit dir teilen, die ich mit dir verbinde. Das eine ist, wir haben beide im Jahr 2007 einen Sohn zur Welt gebracht. Beide in Berlin. Und beide haben wir ihn Friedrich genannt. Ach komm. Ja. Ja, und jetzt kommt... Das ist ja lustig. Die sind sich sogar begegnet schon in diesem Jahr. Ehrlich? In diesem Jahr? Oder 2007? Nee, nee, nee. Die sind sich in diesem Jahr begegnet. Aber viel mehr kann ich nicht darüber sagen. Ich weiß es nicht genug, ob ich es abgelehnt habe. Sag es zu mir nachher nochmal. Ja. Nochmal auf den Mic. Ja. Lustig, es gibt so wenige davon. Ja, davon gibt es tatsächlich wenige. Nicht so viele. Und die dritte Sache, die mich eng an dich bindet, ist, dass du meiner Meinung nach die schönsten Worte in einem Song in deutscher Sprache geschrieben hast. Und die gehen so. Das habe ich alles bei Beverly Hills abgeguckt und etwas Pathos hinzugefügt. Jetzt bin ich fertig mit Lobhudeln, begrüßen und mich freuen. Ich habe ganz rosa Wangen und weiß überhaupt nicht, wohin mit mir. Vollkommen zu Recht. Also ganz herzlich willkommen, Judith Holofernes. Heute wirklich eine Frau, die für sich selber steht. Seinerzeit die Sängerin von Wir sind Helden. Ich freue mich toll, dass du da bist. Ich freue mich auch sehr. Plus eins, unsere Sendung zum Jahreswechsel zusammen mit Judith Holofernes, die mir zugeschaltet ist. Wir sitzen einander nicht gegenüber. Aber in welcher Stadt befindest du dich? Ich bin in Berlin, Kreuzberg, gucke aus dem Fenster und habe es sehr nett mit dir. Guckst du aus dem Fenster? Obwohl du nicht da bist. Siehst du, Kreuzberg. Ja. Ich würde tatsächlich gerne auch mit etwas einsteigen, was mich so ein bisschen erschüttert, ist vielleicht das falsche Wort, aber sagen wir mal erstaunt hat mit der Ansage, ich will keine Karriere mehr machen, ich will, ich habe, ich habe vielleicht auch ein bisschen mit der Ansage, ich habe das gehabt, bin there, done that, hast du dich einigermaßen zurückgezogen. Ist das wirklich so der Plan für dich? Du willst keine Karriere mehr machen? Ja, ich meine, das ist im Prinzip ja eine Definitionssache und ich möchte noch arbeiten und ich möchte auch Sachen veröffentlichen. Insofern weiß ich jetzt gar nicht, ob man da von außen so den großen Unterschied merken wird, weißt du? Also das war eigentlich nur vor allem für mich wichtig, weil ich, ich meine, ich bin auf der Bildfläche erschienen, wie du vorhin gesagt hast, mit einem Lied, wo ich gesungen habe, guten Tag, guten Tag, ich will mein Leben zurück. Und sagen wir mal dafür, wie große Tüne ich gespuckt habe in meinen Songs, dafür habe ich mich dann doch noch teilweise ganz schön unfrei gefühlt. Ich habe so über die Jahre immer versucht irgendwie, ja, so viel Freiheit wie möglich rauszuschlagen aus einem Business, das dann doch ganz schön viele Regeln hat. Und irgendwann habe ich gedacht, ah, ich weiß, was der Trick ist, ich will einfach keine Karriere mehr haben. Und das bedeutet einfach, dass ich sozusagen niemandes Vorstellungen von einer stringenten Karriere mehr folge. Es kann aber trotzdem heißen, dass ich ab und zu mal einen Song rausschicke. Das heißt, man könnte eigentlich sagen, du bist mit genau der Forderung abgetreten, mit der du damals auch angetreten bist, nämlich ich will mein Leben zurück. Ja, so ist es. Und bewährt sich super. Ja. Jetzt machst du etwas, das nennt sich, nee, also ich meine, du bist ja nicht Patreon, aber hol uns mal rein in dieses Universum, was das bedeutet. Also die Seite heißt Patreon. Und das ist aber eine Plattform, die bietet im Prinzip einfach nur eine Infrastruktur für Künstler. Und die können die nutzen, wie sie wollen. Und in meinem Fall ist das im Prinzip wie ein Abo-System so. Also man kann das eigentlich, glaube ich, einfach in eine Mischung aus Crowdfunding und Abo sich übersetzen. Und da können meine Fans sozusagen, ich habe übrigens jahrelang immer meine Fans, nicht meine Fans genannt, weil es mir so despektierlich erschien, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, dass ich selber mit totaler Leidenschaft Fan bin und mich auch selber so bezeichne. Ja. Deswegen, also nicht von mir, sondern von anderen Leuten. Und genau, jetzt nenne ich meine Fans, Fans, hallo, liebste Fans und habe eben so eine Art Abo-System da geschaffen, was aber im Prinzip eine Mischung ist aus einem extrem liebevoll gepflegten Fan-Club mit lauter Quatsch, den ich mir ausdenke für die Leute. Und so eine Art, ich glaube fast, Kreativitäts-Workshop-Ding. Also es ist eigentlich eine Art, ach es ist immer dazwischen, ja, zwischen Coaching und so Werkstattbericht. Die Leute können mir so über die Schulter schauen und Fragen stellen. Ja, das ist irgendwie, ich glaube, was ich dachte, dass mir das unangenehm wäre, dachte ich, die Leute so direkt nach Geld zu fragen, weißt du, und zu sagen, ich mache hier was, aber erst mal musst du was rüberwachsen lassen. Also das meinte ich eigentlich. Aber da das ja absolut in gegenseitigem Einvernehmen geschieht, ist das letztlich eine Sache, die sehr klar ist und sehr, naja, das nimmt so ein schönes Miteinander plus es verdient keine Industrie hinten dran mit und keiner kauft sich ein Porsche. Genau, es gibt keinen Mittelsmann, keine Mittelsfirma. Aber ja, das Schöne ist halt, also ich habe über die Jahre das Gefühl bekommen, dass die Leute eigentlich schon sehr wohl, dass es denen nicht komplett egal ist, ob die Künstler, die sie mögen, noch von irgendwas leben. Und irgendwie wissen ja auch alle inzwischen, dass so die, ja, die Wege, wie man Musik hört heutzutage nicht mehr wirklich irgendwie relevant Einnahmen für die Künstler bedeuten. Also es gibt ganz viele Künstler, die haben, ja, weiß ich nicht, auf Spotify oder so richtige Millionen Klick-Hits und verdienen, naja, so ein Weihnachtsgeld, ja, also am Ende des Jahres ist es so ein Weihnachtsgeld und mich haben wirklich über die Jahre Leute angesprochen und gesagt irgendwie, ich weiß nicht, ich würde dir gerne noch Geld geben, aber ich habe noch nicht mal mehr ein CD-Laufwerk, was ich gut verstehen kann und die dann gesagt haben, ich könnte mir deine, ich habe mir einen Plattenspieler für dich gekauft, ist auch eine schöne Variante. Finde ich auch, ist auch schön. Aber dann kriegst du keine Platten mehr raus und dann ist auch der Plattenspieler hinfällig. Ja, wobei ich glaube, Vinyl werde ich noch immer irgendwie machen. Das war ja eine einschneidende Sache, zu sagen, ich verlasse das Business. Ist dir das sehr schwer gefallen oder war das dann letztlich irgendwie ein leichtfüßiger Gang raus aus diesem Knebel, so stellt man sich das ja immer vor, Knebelverträge. Kurzfassung ist sozusagen, es war erst sehr, sehr schwer, viel schwerer als ich dachte und dann war es sehr leicht. Schwer, das sichere, also war das schwer, so ein sicheres Nest zu verlassen oder war das schwer, weil die dich da nicht rauslassen wollten, hier so wie Fushido ja auch nicht raus kann. War deine Plattenfirma so ein bisschen Abou-Chaka-mäßig? Nein, überhaupt nicht. Ich hatte am Ende überhaupt keine Plattenfirma mehr. Ich war schon zu meinem zweiten Solo-Album sowieso sozusagen meine eigene Plattenfirma. Also es gab dann am Ende auch nicht mehr so viele Anknüpfungspunkte durchzuschneiden, keine Nabelschnüre, nicht mehr so viele. Es war eher tatsächlich so ein innerlicher Entschluss zu sagen, ich singe seit, weiß ich nicht, 20 Jahren über Generalverweigerung und Non-Konformismus und innere Freiheit und, weiß ich nicht, folge immer noch viel zu viel den Träumen anderer Leute. Du ahnst gar nicht, wie sehr mich das beruhigt. Wirklich. Ich meine das ganz ernst. Es ist so beruhigend zu hören, dass auch jemand, der sich ganz intensiv damit beschäftigt, der genau weiß, wo er lang gehen müsste, das Begreifen und Tun nicht das Gleiche ist und dass manchmal dazwischen noch Jahre liegen können. Ja, weißt du, was vor allem dazwischen liegt? Das habe ich nämlich im Schreiben jetzt erst daraus gefunden. Was dazwischen hauptsächlich liegt, ist Höflichkeit und nennen wir es People Pleasing. Na ja, ja, Angst natürlich auch, aber so, ich habe einfach bei all meiner Aufmüpfigkeit, ja, meiner medienwirksamen, oberflächliche Frechheit, meiner oberflächlichen Frechheit dann doch einen ganz schön ausgeprägten Hang dazu, Leuten, die mit mir arbeiten und so weiter irgendwie Freude machen zu wollen. Und am Ende des Tages war das, glaube ich, mein größtes Hindernis, dass ich immer noch dachte, na ja, aber wenn irgendeine Erwartung im Raum steht und sei die noch so subtil sozusagen, dann ist es erst mal mein Auftrag, der irgendwie nachzukommen. Ja. Und witzigerweise hast du währenddessen aber, glaube ich, viele Leute im Vorbeigehen befreit, die diese Lieder gehört haben und dadurch so eine, meine ich ganz ernst, so eine Energie gehabt haben und sich gedacht haben, das mache ich jetzt non-konformistisch, ich komme. Vielleicht ist es tatsächlich einfacher, wenn man sozusagen der Konsument ist, weißt du? Und nicht derjenige, der immer strampelt und kämpft. Vielleicht, ja. Und ich meine, die Songs sind immer schlauer als man selbst, weißt du? Die Songs sind immer, die wissen immer mehr, als man selber weiß und wissen es halt nicht können. Und auf der anderen Seite, ich meine, ich habe dann auch erst, dachte ich, um Gottes Willen, warum warst denn du so unfrei die ganzen Jahre? Und dann habe ich hingeguckt und habe gedacht, na ja, ehrlich gesagt, ich bin schon ganz schön frei in manchen Bereichen gewesen, die anderen Leuten schwerfallen. So, ne? Und dann so genau hinzugucken und irgendwann zu merken, aha, guck mal, aber du hast hier deine ganz eigenen Verstrickungen und deine ganz eigenen, ja, Unfreiheiten. Judith, du sagst, du hast dich nicht in dem Tempo eigentlich befreit, in dem du das wolltest. Jetzt aber stehst du ja an einem Punkt. Fühlt es sich denn jetzt so an, wie du es dir vorgestellt hast, diese Befreiung? Ja. Tatsächlich. Ich fühle da auch immer mal nach, weil ich denke, nach all den Jahren mit lauter vielen Versuchen, ist es das denn jetzt eigentlich? Und tatsächlich habe ich aber das Gefühl, ich glaube, die größte Unfreiheit, die ich noch empfunden habe, war die, dass ich das Gefühl hatte, mein Beruf hält mich von der Arbeit ab. Also ich hatte das Gefühl, dass für das, was eigentlich für mein Gefühl mein Beruf ist, nämlich schreiben, komme ich da zu wenig dazu. Und ich bin eigentlich immer dann glücklich und ausgeglichen und irgendwie verhältnismäßig judruf rundum, wenn ich regelmäßig jeden Tag vor mich hin irgendwas kunsten kann. Ja. Und als ich sozusagen noch Judith Holofernes war, die ich ja jetzt irgendwie immer noch bin, aber in Anführungsstrichen und fett gedruckt, ja, da hatte ich immer das Gefühl, 80 Prozent meiner Arbeitszeit, und ich meine, die ist begrenzt, ich habe zwei Kinder so, ne? 80 Prozent meiner Arbeitszeit geht dafür drauf, Judith Holofernes darzustellen. Ah. Also, ne? Oder diese Judith Holofernes zu sein. Ich habe ja immer versucht, darin sehr gut zu sein. Echt zu sein. Und sehr ich zu sein, aber einfach 80 Prozent Promotion, 20 Prozent Kunst, um es kurz zu sagen. Ja. Und jetzt, dadurch, dass meine Patrons, also das so heißen, die Unterstützer, ne? Ja. Unterstützerinnen, seit ich von denen sozusagen ein Auskommen und ein Einkommen bekomme, fühlt sich das auch so an, dass ich denke, okay, da sind Leute, die warten ganz direkt auf nichts anderes, als dass ich irgendwelche schönen Sachen mache. Ja. Und das hat mich tatsächlich total befreit. Also, das ist einfach das, was ich mir immer gewünscht habe. Man möchte ja eigentlich immer ein Echo erzeugen, ja? Mit dem, was man macht. Im Grunde genommen, also, den Künstler treibt ja auch ein bisschen die Eitelkeit. Oder würdest du sagen, dich treibt wirklich nur das, dieses Machen wollen, das Rausschmeißen wollen von deiner Kunst? Ach, da piekst du was an. Ich habe nämlich, ich habe gerade als letzten Text ganz lange darüber geschrieben, warum man eigentlich Kunst macht und wie viel Eitelkeit da mit rein spielt. Finde ich nämlich ein wahnsinnig spannendes Thema. Natürlich ist man auch irgendwie Eitel, wie die allermeisten Leute und macht das auch aus irgendwelchen, weiß ich nicht, Mangelerscheinungen heraus. Aber das Interessante ist halt, dass Künstler das immer gefragt werden und wenn jemand, weiß ich nicht, bei einer Bank arbeitet, dann kommen auch nicht alle zu dem und sagen, na, ein bisschen wenig Sicherheit gekriegt als Kind. Ich habe auch Flugbegleiterinnen immer vorgeworfen, sie würden das aus Eitelkeit machen, weil Flugbegleiterinnen immer geschicke Kostüme tragen. Ja, okay. Also ungefähr auf dem Level. Ist es bei mir? Nee, tatsächlich glaube ich, dass die allermeisten Künstler mich eingeschlossen das machen, weil es ihnen hauptsächlich um Verbindung geht. Also um das Teilen auf die beste Art, die ihnen einfällt. Also Kontakt, Ähnlichkeit, Berührung über Dinge, die in irgendeiner Form, ja, sich durch sie ausdrücken können und die aber die anderen Leute genauso viel angehen. So gesehen, ja, macht vielleicht, machen viele Künstler das deswegen. Und auf der anderen Seite finde ich, man kann eitel sein, das alles aus Eitelkeit tun, man sollte es nur wissen. Ja, genau. Also ich habe zum Beispiel überhaupt nichts gegen Eitelkeit. Ich finde das bei anderen Leuten oft sehr liebenswert und sehr unterhaltsam. Ich glaube, also natürlich ist es zum Beispiel so, dass eins der Hindernisse für mich, was mich vielleicht davon abgehalten hat, war schon, also was mich davon abgehalten hat, mich so sehr selbst zu befreien, wie ich es jetzt getan habe, ist schon, dass Leute an meine Eitelkeit appelliert haben. Dass immer Leute gesagt haben, bist du denn wirklich sicher, dass du damit glücklich wirst, wenn das alles so viel kleiner wird? Und wenn du dann nicht mehr die Rückmeldung kriegst und nicht mehr so viel Resonanz kriegst auf deine Sachen, weil das ist natürlich der Hebel, wenn du sagst, ich steige aus, aus dem Zahlen-definierten Musikbusiness mit Charts und dem ganzen Zeug, dann ist das schon eine berechtigte Frage. Und ich habe irgendwann gesagt, ja, klar wird mir das wehtun. Es ist nur so, dass ich nicht mehr bereit bin, den Preis zu bezahlen. Nein. Man macht den, du hast den Homer Simpson gemacht. Du bist ausgestiegen und hast gesagt, tschüss, ihr Trottel. Und wenn ich es richtig verstehe, hast du es nicht bereut. Naja, es ist einfach so, dass ich beschlossen habe, das andere ist wichtiger. Das heißt ja nicht, dass es, also irgendwelche Tode muss man auch sterben. Natürlich macht das Spaß, wenn jeder mitkriegt, wenn du in Detmold spielst. Und natürlich macht es Spaß, wenn jeder weiß, dass du einen neuen Song rausgebracht hast. Und natürlich sticht es auch, wenn, wie mir dann auch passiert ist, irgendwie du in deiner Heimatstadt Freiburg oder Wahlheimat teilweise Freiburg spielst. Und die Leute beim Signieren sagen, wie toll, dass du endlich wieder was machst. Und du sagst, naja, also ich habe schon zwei Solo-Alben rausgebracht. Natürlich sticht das, aber es ist einfach, mir ist der Aspekt wichtiger, dass ich ganz wunderbar mobsfidel sein kann, wenn ich eine andere Art von Beziehung zu weniger Leuten habe. Und das eine ist ja, die Eitelkeit, die hatten wir jetzt kurz gestriffen, die gibt es, kaum einer kann sie leugnen. Das andere ist die Wahrhaftigkeit, die Ehrlichkeit. Genau. Und das hat jetzt erstmal miteinander auch gar nichts zu tun. Eine Sache, die ich mich schon sehr, sehr lange frage und ich habe diese Frage auch schon mehreren Musikern gestellt. Aber ich frage jetzt einfach auch mal dich. Warum, glaubst du, gibt es so unwahrscheinlich viele Lieder über Liebe, vor allem über unglückliche Liebe, sagen wir mal im Vergleich zu Liedern über Geld? Das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Aber wenn man da drauf ist, ergibt sich doch eine Schieflage. Warum ist das so? Wahrheit ist immer Liebe. Also es ist tatsächlich eine Mischung. Erstens denke ich, dass es natürlich schon schön ist, Lieder zu schreiben über Dinge, die universell alle Leute berühren. Und ich hoffe mal, die meisten Songwriter schreiben am Ende über Sachen, die sie selber so fühlen. Und ich hoffe, da ist dann auch Liebe dabei. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du dir die Charts anhörst oder also einfach guckst, was so an weitesten Sinne auch Gebrauchsmusik da draußen so rumfliegt, dann ist da natürlich auch Kai Kühl dabei. Also da werden natürlich auch Songs einfach, es gibt einfach den Beruf, also es gibt einfach Leute, die sind quasi so Auftragskiller und schreiben für so Leute. Ach, das siehst du, das habe ich nämlich, ich vermute das und ich habe das befürchtet. Jetzt musst du dann natürlich auch die Frage gefallen lassen, weil ich eingangs Wahrhaftigkeit gesagt hatte, ich meine über dich zu wissen, du bist 20 Jahre glücklich liiert. Oder sagen wir mal, du bist 20 Jahre liiert, mehr weiß ich einfach nicht darüber. Du hast wahnsinnig viele Lieder geschrieben, unglückliche Beziehungen. Woher kommen die denn dann, wenn du 20 Jahre eigentlich eine stabile Partnerschaft pflegst? Also tatsächlich das letzte wirklich herzgebrochene Liebeslied habe ich tatsächlich geschrieben in Erinnerung an meinen allerersten Freund und damit meinen allerersten vernichtenden Liebeskummer. Also ich habe auf dem zweiten Solo-Album habe ich einen Song, der heißt Der letzte Optimist. Und da habe ich mich wirklich, irgendwann hatte ich so einen Moment, wo ich mich so ganz körperlich erinnert habe an dieses Gefühl, wenn man auch noch nicht die Lebenserfahrung hat, dass man weiß, dass sowas vorbeigeht oder so. Also an dieses alles vernichtende Gefühl von Liebeskummer, von es wird überhaupt nie wieder irgendwas gut. Und sonst, ja, ich meine, ich habe auch Fantasie. Ich habe auch Freunde. Das war meine Vermutung, dass Leute dir einfach vielleicht so Geschichten an dich herantragen und dass du das verarbeitest. Weil ich fühlte mich einfach nicht belogen, wenn ich deine Songs gehört habe. Nein, nee, genau. Und ich meine, also vieles ist auch tatsächlich so, dass ich im Schreiben immer denke, ich erzähle so eine Geschichte. Also ganz oft ist es so, dass ich beim Schreiben denke, ich schreibe über andere Leute. Und wenn ich dann so ein paar Wochen oder Monate später mir das nochmal anhöre, dann denke ich, wieder nur du. Also natürlich bin das am Ende alles irgendwie ich. Ja, weil auf was anderes habe ich ja keinen Zugriff. Also das ist ja auch wahr, wenn jemand aus seinem einen gebrochenen Herzen 20 Songs macht. Also mein Ding ist, ich habe das Gefühl, dass man das merkt. Also ich habe das Gefühl und ich habe manchmal auch so Coachings gemacht, ganz, ganz selten mit Nachwuchskünstlern sozusagen. Also mache ich auch nicht mehr so viel. Habe ich mal gemacht. Und da war immer mein Hauptding, dass ich gedacht habe, du kannst doch nicht einfach einen Song schreiben wollen über irgendwas. Du musst doch was zu sagen haben. Also ich finde immer noch, und es ist wahrscheinlich sehr Oldschool. Aber ich finde, wenn die Grundidee zu einem Song keine Dringlichkeit hat und nicht irgendwie erzählt werden möchte, dann merkt man das. Ja, sondern dass so eine Kopfgeburt ist, dass man denkt, worüber könnte man mal einen Hit schreiben. Meiner Meinung nach merkt man das als Zuhörer. Immer irgendwie. Und die Songs, die wirklich so epische, auch jahrzehntelüberdauernde Hits sind, das sind Songs, die eine Wahrheit haben. Würdest du eigentlich deine Kunst, also natürlich nicht nur die Songs, auch deine Gedichte, auch das, was du schreibst, auch dann machen, wenn du wüsstest, es hört dir keiner zu, kann keiner lesen und keiner nimmt da Anteil? Das ist eine total spannende Frage, die mich selber gerade umtreibt. Also ich verstehe mich selber immer eigentlich am besten im Schreiben und ich versuche es gerade rauszufinden, weil also ich habe mich jetzt viel damit beschäftigt, was Erfolg halt so macht. Und so ein großer Erfolg irgendwie der von Wir sind Helden, der gibt einem quasi wie so eine Erlaubnis vom Universum. Und das, was ganz viele Künstler ja suchen, glaube ich, ist so Erlaubnis, das machen zu dürfen. Und deswegen glaube ich, ist ein früher Erfolg insofern gefährlich, weil man keine Notwendigkeit hat, diese Dringlichkeit und diese Erlaubnis aus sich selber heraus zu entwickeln. Und dann ist es selbstverständlich und man macht es einfach nur noch. Ja, und wenn dann aber zum Beispiel dieser große Erfolg weggeht, was er ja irgendwie bei fast allen Künstlern in Wirklichkeit dann irgendwann zumindest zwischendurch immer tut, dann muss man auf einem ganz anderen Level für sich selber diese Erlaubnis wiederfinden. Als zum Beispiel, also ich kenne, ich habe Musikerfreunde, die sozusagen nie so erfolgreich waren mit ihrem Ding. Das ist ja auch ein bisschen schwer in Deutschland. Also wen willst du da jetzt noch benennen? Es gibt ja nicht viele, die so, außer halt Bushido wieder natürlich, ne? Der war auch so erfolgreich. Also halt. Das weiß ich nicht, wie viel Bushido Erlaubnis aus sich selber bezieht. Das weiß ich echt auch nicht. Es ist tatsächlich einfach nicht so einfach, da dann, man muss sich da, man muss daran arbeiten. Und ich habe das Gefühl, ich bin noch drin. Und dieser Schritt weg von der Masse hin zu zumindest den Fans, von denen ich das Gefühl habe, dass sie sozusagen irgendwie, ja, die tiefste Beziehung zu dem haben, was ich da mache oder so. Das ist ja im Prinzip einfach sowas wie so ein engster Kreis. Das ist zwar immer noch ganz schön viel Erlaubnis und ganz schön viel Publikum, aber immerhin ist mein Fokus kleiner geworden. Also ich habe das Gefühl, ich habe wirklich sehr gründlich gelernt, mich auf die Leute zu konzentrieren, denen das wirklich was bedeutet und nicht mehr darauf zu gucken, wie viele Leute das sind. Und das Einzige, was ich weiß, ist, ich bin nicht glücklich, wenn ich nicht kreativ arbeite. Und zwar ziemlich genau nach einer Woche. Ja. Da muss man anfangen zu trinken oder Drogen zu nehmen, wenn man nicht kreativ sein kann. Genau, wie es so meine Art ist. Nee, das bei dir nicht, aber ich glaube, dass es bei vielen Leuten dann eben sich so den Kanal sucht. Ja. Ja, weil ich fange dann an, irgendwelche sinnlose Pseudoprojekte zu starten. Ja. Aber ja, genau. Und dann merke ich irgendwann, warum bin ich denn eigentlich so schlecht drauf? Ah, ich habe seit einer Woche nichts geschrieben. Ich habe mal, weil es ist übrigens überhaupt nicht meine Art, aber das war so ein sinnloses Pseudoprojekt in der Grundschule meiner Kinder, habe ich mich mal zur Vorsicht Internet-Mutti aufgeschwungen und habe so Zettel verteilt, auf denen steht, auf welchen Seiten die Kinder besser nicht sein sollen. Und einmal bin ich sogar in die Klasse und habe von den Gefahren erzählt im Internet und dachte dann, ich bin das nicht. Das ist wichtig, dass einer das gemacht hat. Aber ich bin das eigentlich nicht. Warum stehe ich hier? Und das wird so etwas ähnliches. Lassische Ersatzhandlung. Eine Übersprungshandlung gewesen sein. Ja, genau. Ich bin wirklich keine. Ja, das kenne ich von mir auch, dass ich denke, warum nochmal habe ich jetzt so einen elaborierten Adventskalender gebastelt? Ah, weil ich seit einer Woche nichts geschrieben habe. Das Jahr 2021. Ich hatte ein kleines Gedicht angefangen und es ist aber noch nicht fertig und es beginnt mit den Worten 2021. Du Luder. Latentes. Jetzt ist das Jahr vorbei. Ich habe so sehr dieses Jahr satt. Ich habe so die Fax und Dicke. Ich werde nicht mehr dieses Gedicht beenden. Mann, das war das unangenehmste Karussellfahrgeschäft, an dem ich hier teilnehmen musste. Wie war es denn für dich so? Das vergangene Jahr. Oder sagen wir, was ist das Erste, was dir einfällt, wenn du an das Jahr 2021 denkst? Das Erste ist tatsächlich mein Buch, was jetzt demnächst irgendwie fast fertig ist und das war sehr erfreulich. Also wieder zu dem Thema Kreativität und dass man es braucht, um glücklich zu sein. Glücklicherweise konnte ich das machen. Sonst wäre mein Jahr, glaube ich, ganz, ganz anders gelaufen oder hätte sich anders angefühlt. Also ich hatte auf der einen Seite kreativ ein unheimlich tolles Jahr, wobei auch unterbrochen von Homeschooling noch und nöcher und Haare ausreißen und irgendwie versuchen zu Hause irgendwas zu arbeiten, während zwei Kinder abwechselnd alle meine Geräte brauchen. Also natürlich die totale Hölle für jeden, der versucht, irgendwas zu arbeiten. Aber launemäßig hat mich das durchgetragen und tatsächlich die Tatsache, dass ich eben irgendwie bei Patreon so, ja, es hat ja auch was total Kuscheliges, weil ich sozusagen so eine Ecke im Internet jetzt habe, wo nur meine Leute abhängen. Also das kann man nicht, glaube ich, zu hoch einschätzen, weißt du, dass ich da, ich habe keine Trolle, ich habe nur nette, süße, schlaue Leute, die irgendwie selber viel kreativ sind und so. Und mit denen habe ich halt sozusagen vom Sofa aus meine Zeit verbracht. Ja, das ist wirklich, das kann man wirklich nicht gut genug einschätzen. Das war, glaube ich, meine Rettung, dass ich, ich glaube auch, wenn man jetzt nur bei Insta, ich finde, Instagram ist ja sogar auch noch ganz, da bin ich auch noch ganz gerne. Das ist ja auch noch irgendwie so harmlos und nett, aber bei Facebook gehe ich überhaupt nicht mehr. Achso, naja, klar, weil auch bei Facebook etwas um sich greift, dass ich nenne das galoppierender Wahnsinn. Das ist so ein, wenn alle Leute fast, dass man es gar nicht merkt, aber gleichzeitig im gleichen Ausmaß anfangen verrückt zu spielen. Und man, man merkt es erst sozusagen, wenn die, wenn die schon ganz nahe sind. Und ich habe mich die ganze Zeit gefühlt wie ein kleiner Soldat, der bei Verstand bleiben muss, der klar bleiben muss. Auch wenn du in der Bahn sitzt. Ja, aber eine Sache ist tatsächlich einfach, dass man sich halt schützt im Sinne von sehr genau sortiert, wo man sich seine Infos her holt und wo man sich seine, also ich habe oft bemerkt, der Impuls, wenn man auf Social Media geht, ist ja, dass man Verbindungen sucht, Verbindungen zu anderen Menschen sucht. Und was ich jetzt manchmal anfange, ist, und dafür sind sie auch toll, also wenn man sie irgendwie einigermaßen richtig benutzt, dann war das ja jetzt auch ein Segen in dieser Zeit. Was ist dein Hack in diesem Zusammenhang? Also mein Hack ist, dass ich zumindest versuche, das Bedürfnis wahrzunehmen, was dahinter steht. Also wenn ich auf Insta gehe oder irgendwie überhaupt ins Internet, ja, dass ich dann manchmal versuche, sozusagen Fuß in die Tür zu kriegen und mir zu sagen, was willst du denn eigentlich davon? Und das, was ich will, ist in den allermeisten Fällen, ist Verbindungen und mich gesehen fühlen und Kontakt so, ne? Ja. Und tatsächlich versuche ich mich jetzt dazu zu erziehen, sozusagen dann ab und zu stattdessen einfach eine Freundin anzurufen oder so, ne? Also den Impuls wahrzunehmen und irgendwas zu machen, war es ein bisschen realer Verbindung. Ja. Ich kann dir sagen, du darfst es nicht überdosieren. Ich habe sehr lange Freunde angerufen und das ist jetzt kein Witz. Irgendwann haben die aufgehört, dranzugehen. Die haben dann so gesehen, boah, das ist Caro, die will wieder nur labern. Die will nur labern. Und manch einer, weißt du, der kam ja dann auch bei mir nicht raus, 20, 25, 30, bis so anderthalb Stunden, weil ich das einfach so gerne mache. Und dann sind die Menschen zu höchlich. Ich nicht. Irgendwann gehen sie nicht mehr ans Telefon. Ich telefoniere überhaupt nicht gerne. Ich schreibe dann lieber eine kleine Nachricht oder irgendwie versucht zu zeigen, was ich an denjenigen gedacht habe, indem ich ihm ein albernes Video zukommen lasse. Na gut, dann sagen wir mal einfach über das Jahr 2021 ist jetzt genügend gemotzt. Es hat ja auch noch niemand die Milch zurück in den Krug geheult. Was soll's weg damit? Lass uns mal nach vorne gucken. Gibt es etwas, wo du gerne deinen Blick drauf richtest, wo du dich drauf freust? Ich weiß nicht. Irgendwie, ich bin in meiner kleinen kreativen Blase irgendwie dann auch so glücklich, dass ich immer versuche, mich sozusagen, also immer wenn ich ehrlich gesagt Angst kriege, was schon passiert, ja, oder wenn ich so, also ich bin eher in so einem einen Fuß vor dem anderen Modus, dass ich denke, ich habe so, ich habe so viele Sachen rausgefunden, die mir irgendwie gut tun und die sich für mich bewähren und die mir so eine gewisse Unabhängigkeit von dem geben, was draußen so passiert, dass ich ziemlich fest entschlossen bin, mich auf die zu fokussieren. Und das bedeutet halt, dass ich im Schreiben bleibe, dass ich zum Beispiel jetzt, wo mein dieses Buch, was ich gerade schreibe, sich sozusagen schon wieder dem Ende zuneigt, einfach beschlossen habe, direkt das nächste anzufangen. Du sprichst über Bücher, die du schreibst, wie andere Leute über Bücher sprechen, die sie lesen. Ja, genau. Ich lese auch wahnsinnig viel und auch das bewährt sich total. Und ich höre ganz viele Podcasts und ich weiß nicht, wie viele Stunden Podcasts ich gehört habe in diesem Jahr. Unglaublich viele. Und es hat mir so viel Halt gegeben und auch so viel Inspiration. Und tatsächlich habe ich auch das Gefühl, dass Inspiration nicht zu unterschätzen ist als Gegengift. Also viele Leute sind ja so, man redet so viel von Selfcare und das finde ich auch wichtig. Ja, also das stimmt auch, alle bitte so lieb zu sich sein, dass es kracht. Aber ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, es ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig es für die Seele ist, sie mit was zu füttern, was ihr wirklich auf einem tieferen Level Freude macht. Und das ist Kreativität und Sachen, die einen ins Leuchten bringen. Das heißt auch eigentlich immer selber machen und nicht konsumieren. Also Seele füttern ist nicht so richtig, sich Sachen reinziehen, sondern eigentlich mehr Sachen selber machen. Ja, oder ich meine, wenn es Sachen sind, die einen sehr inspirieren. Also ich habe wirklich, weiß ich nicht, hunderte von Stunden von irgendwelchen ultra-nerdigen Podcasts übers Schreiben gehört. Und habe dann das Gefühl, ich hänge so mit meinen Schreibeidolen, hänge ich so rum. Also ich weiß nicht, das ist ja schon auch passiv, aber es macht halt unheimlich viel in mir. Ja, so und also das jetzt so zu 2022. Ich glaube, das werde ich beibehalten. Und was mir außerdem noch total viel Hoffnung gibt, ist mein Hündchen. Ich habe ein Hündchen seit anderthalb Jahren ungefähr. Können die da eigentlich mit anderthalb Jahren dann schon sprechen? Ja, sie kann schon sprechen. Ich versuche geduldig. Das Lustige ist, mein Hund ist also sehr nett, aber er ist jetzt nicht so ein Überfliegerhund, der unglaublich viele Sachen kann. Der kann hauptsächlich niedlich sein und lustig sein. Und ich habe jetzt aber auf Insta tatsächlich zwei so Frauen abonniert, die ihren Hunden sprechen beibringen. Ach was. Mit so Tasten, weißt du, wo die Hunde auf so Knöpfe drücken und dann so erstaunlich viel Zeug ausdrücken können. Und erstens macht es total Spaß, weil die dann immer irgendwelches unglaubliches Zeug sagen. Und gleichzeitig hat es mir sozusagen ganz viel Glauben in meinen kleinen Hund gegeben, dass ich jetzt immer so irgendwelche Worte wiederhole, weil ich denke, vielleicht versteht sie es ja doch. Oh nein, bitte. Wir alle wissen, wie das ausgeht. Irgendwann stehst du auf dem Stuttgarter Platz und bist eine Spatzen-Omi. Lieber jetzt innehalten und das nicht machen. Meine Mutter hat mal versucht, einer Katze die Zeigeruhr beizubringen und sie ist auch nur knapp an der Spatzen-Omi vorbeigeschraubt. Also ganz vorsichtig. Richtig mit diesen Sachen, auch das, ihr Lieben, nicht überdosieren. Ich sage es nur. Nicht überdosieren, nicht unbetreut. Ja, ganz genau. Ab und zu Rückmeldung von nahestehenden Menschen einholen. Absolut. Und keinem Hund sprechen beibringen ohne Supervision. Ich denke, damit sind aber auch unsere Hörerinnen und Hörer genügend gewarnt davor, dass man auch hierbei verrückt werden kann. Unsere fabelhafte Gästin. Oh. Hat sich gerade ein Glas Wasser hingegossen. Genau. Ich dachte, ich weise das noch ab. Aber komm, das ist authentisch. Auch Judith Hulofernes trinkt Wasser. Ja, was habt ihr denn gedacht? Schön, dass du uns immer noch zugeschaltet bist. Du bist ja eine Buddhistin. Ja. Und zwar wird man nicht, also ich bin zum Beispiel katholisch getauft, da hatte ich aber keinen direkten Einfluss drauf. Man wird ja da nicht so hineingeboren, sondern ein Buddhist sein, oder du bist da nicht hineingeboren, manch einer wahrscheinlich schon. Aber ein Buddhist sein ist so eine Art Entscheidung. Oder wie kommt man dazu? Etwa wie die Jungfrau zum Kinde? Also, ich bin dazu gekommen, ich war so ein philosophisches Kind, weißt du, so eins, was immer, wo die Monster unterm Bett sozusagen nahtlos abgelöst wurden von irgendwelchen existenziellen Fragen. Und ich habe mir immer wahnsinnig viele Sorgen gemacht über den Tod und was danach kommt und welches von meinen Familienmitgliedern ich irgendwie am ehesten verschmerzen könnte, wenn es stirbt und so. Ich war wahnsinnig damit beschäftigt und hatte dementsprechend, glaube ich, immer so ein Bedürfnis nach Transzendenz, einfach Spiritualität. Und hatte aber 0,0 religiöse Prägung, was das dann am Ende sozusagen sogar leichter gemacht hat, weil ich nichts, ich hatte auch kein Gepäck, was ich loswerden musste. Du musst nichts abschütteln, ja. Genau. Und ich bin dann sozusagen über so ein Interesse an Philosophie und aber gleichzeitig so einer Sehnsucht nach irgendwas Tieferen, Größerem, Weiterem, bin ich mit Anfang 20 tatsächlich an einem buddhistischen Zentrum vorbeigelaufen in meiner Straße. In einem total verborgenen Winkel damals bin ich da vorbeigelaufen und hatte gerade mit Pola ganz viel darüber geredet, ob wir uns mal sowas suchen oder ob wir weiter immer nur zu zweit ein bisschen meditieren wollen. Und ja, das war dann quasi der Anfang einer großen Freundschaft. Einer wunderbaren Freundschaft, ja. Ja, ein Anfang einer wunderbaren Freundschaft. Und seitdem sind wir da, machen wir das. Teilweise sehr inbrünstig, als wir noch keine Kinder hatten. Da waren wir sehr, ja, über Jahre, also auch die wildesten Heldenjahre, bin ich teilweise aus dem Schweigeretrieg auf dem roten Teppich gefallen. Also es war teilweise auch wirklich absurd und hat auch so manchmal ein bisschen mein Gehirn ausgehebelt, hatte ich das Gefühl. Also hat auch nicht immer so toll zusammengepasst. Ich weiß noch, meine Mutter hat irgendwann gelacht, ha, 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 meditieren oder Drogen nehmen, ne? Ja. Weil es ja tatsächlich auch viele Künstler gibt, von denen man weiß, dass sie den Weg gegangen sind. Meistens die, die nicht so früh draufgegangen sind. Witzig, ja. Ja, natürlich, also langfristig ist es mit Sicherheit gesünder zu meditieren. Ist, ich frage das als totaler blutiger Anfänger, der nicht im Sitzen meditieren kann, sondern nur im Laufen, ist Meditieren für dich am Anfang auch so langweilig gewesen? Das nicht, weil mein Lehrer immer sehr gut erklären konnte, dass man möglichst schnell diese Erwartungen fallen lassen darf, dass man nichts zu denken habe. Ja, also dass es darum nicht geht, weil daran verzweifeln ja viele Leute, die sich das erste Mal aufs Kissen setzen. Sie denken, huch, mein Geist labert die ganze Zeit irgendwelches Zeug. Wie kann er nur? Und wenn man einen guten Lehrer hat, der einem gleich sagt, natürlich labert der die ganze Zeit. Was soll er denn auch sonst machen, wenn er das sonst immer darf? Also dein Geist ist gewissermaßen wie ein schlecht erzogenes Kind. Ja, der heißt ja im Buddhismus auch so schön Monkey Mind. Ah ja. Äffchen, der Äffchengeist, der macht halt, was so ein Äffchen so macht. Und im Prinzip, wenn man anfängt mit Meditieren, dann macht man nichts anderes, als den sich erstmal ausspacken lassen. Und das ist am Anfang gar nicht immer so wunderschön und Zen und angenehm, sondern darum geht es irgendwie. Und sobald man, glaube ich, diese Erwartungen von dieser Heiligkeit und Stille und so fallen lässt, die man so schön bei Kung Fu Panda gesehen hat, dann spart man sich da ein bisschen Ärger. Aber ich verspreche, auch diese schönen Zustände, die kommen schon auch dann irgendwann. Ich hoffe das sehr, weil es gibt einen Moment, wenn man ganz schön viel Alkohol getrunken hat, das ist dann aber auch gleichzeitig mit so die Zimmerecken drehen sich um sich selbst. Dann gibt es so einen Moment von einer Art beruhigendem Brummen. Und man kann sich eigentlich auch auf einzelne Gedanken schon gar nicht mehr so recht konzentrieren. Und daher ist der Kopf dann auch leer, aber mehr aus einer Art Unfähigkeit heraus, als sozusagen dadurch, dass du ihn irgendwie gezähmt hast. Und es ist tatsächlich auch schon mal ein angenehmer Zustand, aber du musst immer bezahlen. Du zahlst einen sehr hohen Preis, Kopfschmerzen, all das. Ja, und es ist ja auch so, dass diese, sagen wir mal, die, was man daraus dann eigentlich zieht, dass man das nämlich für seinen Alltag nutzen kann. Hat man dann vergessen. Hat das funktioniert so mittelmäßig. Aber tatsächlich ganz kurz, weil ich bin überhaupt nicht, also 0,0 missionarisch unterwegs, was Buddhismus angeht. Aber eine Sache will ich loswerden und zwar eine Meditation, die ganz, ganz kurz ist, die 13 Minuten dauert, von meinem aktuellen Lieblingslehrer Jack Kornfield. Der hat so etwas ganz Poetisches und gefällt mir einfach total in seiner Sprache und er ist so unheimlich liebevoll. Und der hat tatsächlich Meditationen extra für Corona aufgenommen. Und die findet man einfach, wenn man die googelt. Und die sind geführt, ja, da redet er, da führt er einen die ganze Zeit durch. Und das ist ja für Anfänger tatsächlich viel einfacher. Das würde ich sowieso jedem empfehlen, sich nicht sofort hinzusetzen und einfach nur auf den Atem zu achten. Also die eine heißt, a steady heart in the time of Corona virus. Ja, wir sind alle so ganz kurz und tun wahnsinnig gut, auch wenn man mit Buddhismus, glaube ich, nichts am Hut hat. Du bist ja gewissermaßen etwas aufgestiegen. Oder ich meine, man kann da was lernen und immer besser werden. Ich weiß nicht, ob man auch irgendwann einen Gürtel umgemacht bekommt. Wahrscheinlich nicht. Aber ich habe neulich in einem deiner Podcasts gehört, dass du mal eine Meditation gemacht hast. Die heißt sowas ähnliches wie Leichenschau, Leichenfeld. Ja, ja, Leichenfeldbetrachtung. Leichenfeldbetrachtung. Möchtest du darüber nochmal was sagen? Das klang nämlich so, das klang wie der Anfang von einem Horrorfilm eigentlich. Ja, man muss dazu sagen, ich habe das in dem Kontext erwähnt, von womit man vielleicht besser nicht anfangen sollte. Und ich habe in dem Podcast, glaube ich, auch so ein bisschen über Schwierigkeiten gesprochen, die ich ganz lange Zeit hatte in meiner Praxis, wo ich lange Zeit nicht so richtig wusste, wo die herkamen. Also ich hatte so ein bisschen eine Durststrecke über Jahre. Und das mag mit diesen kleinen Kindern zu tun, ganz eventuell, die ich zu Hause hatte. Das hatte aber auch damit zu tun, dass ich mich, bevor ich die Kinder hatte, sehr forsch sozusagen den etwas sportlicheren Aspekten des Buddhismus zugewandt hatte, nämlich der Vergänglichkeit. Und sich mit dem Sanft zu beschäftigen, ist sehr, sehr empfehlenswert. Und es gibt aber Meditationen, wo tatsächlich der Lehrer auch sagt, dass alle Frauen, die schwanger sind, zum Beispiel den Raum verlassen sollen und es nicht machen sollen, weil das so schlecht zusammenpasst, sich so intensiv mit dem Tod zu beschäftigen und gleichzeitig zu versuchen, neues Leben in die Welt zu bringen. Und das Problem war, ich war dann noch nicht schwanger, aber drei Monate später. Ach Gott. Und ich hatte dann tatsächlich das Gefühl, dass ich sozusagen Türen sehr weit aufgemacht habe, die ich so schnell nicht wieder zugekriegt habe. Wie ein Horrorfilm, habe ich ja gesagt. Ja, das ist eigentlich überhaupt kein Horror. Nein, nein, überhaupt nicht. Ich sehe das nur so vor, das Portal ist geöffnet. Weißt du? Nein, also das Portal, was da geöffnet war, war ein ganz wertvolles Portal in Richtung Vergänglichkeit, was auch was ganz Tröstliches haben kann und so. Und es geht eher darum, dass man da dann doch so in Bereiche von Ego-Auflösung kommen kann und das auch was Beunruhigen das erst mal hat. Und da muss man dann aber, oder kann man dann ja durchgehen. Und auf der anderen Seite sind lauter blühende Wiesen und so. Aber das verträgt sich nicht besonders gut damit. Also okay, ich verstehe. Mutter zu erden und das Gefühl zu haben, dass man sich auch sehr solide in der Welt verankern muss. Man muss ja auch Erdung und Wurzeln und Sicherheit und Speck und all diese Sachen. Das war ein bisschen unglücklich, sagen wir mal. Aber eigentlich kann ein guter Lehrer da auch durchlotsen. Ja. Und im besten Fall macht man dann sogar, was der sagt. Also du hast da gewissermaßen einmal kurz auf die andere Seite geguckt. Ja, ein Blick auf die andere Seite. Denke ich an Frau Holle, weißt du? Wie sie in den Brücken fällt. Und auf der anderen Seite wacht sie irgendwie auf einer Wiese auf. Das ist ja auch erstmal wünschenswert, wenn man nicht schnell irgendwelche Brote backen oder Äpfel schütteln muss. Wo ist es? Jetzt ist die Verdichtung von diesem ganzen Meditieren oder das, worauf es wirklich die ganze Zeit ankommt, ist ein ganz zentraler Begriff. Die Achtsamkeit. Ich persönlich habe folgendes Problem. Ich schätze und ich liebe den Vorgang und ich weiß auch mittlerweile, was er bedeutet. Ich hasse das Wort. Ich finde das Wort so schlimm. Ich finde es überstrapaziert. Es ist überall. Es ist in jeder Creme-Reklame. Es ist sogar in Autoreklame, wo das Wort Achtsamkeit wirklich zu suchen hat. Es ist überall. Hättest du nicht vielleicht eine Alternative oder hast du eine Idee, wie man auch noch sagen kann? Das ist eine sehr gute Frage, weil ich kann das Wort auch nicht mehr hören und finde auch, dass es weich gewaschen ist. Und Mindfulness ist auch, finde ich, schon mal schöner. Jack Confield spricht ganz viel von Loving Attention. Okay. Also liebevoller Aufmerksamkeit. Ja, liebevoller Aufmerksamkeit. Das ist nicht ganz so poppig auf Autos anzuwenden oder zumindest würde man dann merken, dass es nicht passt. Du würdest dich wundern, die wenden doch alles auf Autos an. Alles. Überraschung. Das ärgert mich immer. Aber das finde ich nicht so schlecht. Aber ich versuche tatsächlich auch zu differenzieren, wovon ich gerade rede. Also erstens versuche ich es überhaupt nicht zu verwenden. Aber wenn ich muss, dann würde ich immer sagen, manchmal redet man von Konzentration. Manchmal redet man von fokussierter Aufmerksamkeit. Manchmal redet man in Wirklichkeit von Bleichmut. Ich habe manchmal das Gefühl... Ach, dann ist es so ein Platzhalter. Genau. Irgendwie wenn. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin eine kleine Taschenlampe. Und da, wo ich mein Licht drauf halte, da befindet sich gerade sozusagen meine Aufmerksamkeit. Jetzt ist halt Taschenlampigkeit irgendwie nicht so richtig. Das sage ich auch. Taschenlampigkeit. So schön. Und wenn man das zu schnell ausspricht, kommt man bei irgendwas mit Schlampigkeit raus. Das ist nicht gut. Genau. Ich wollte auch gerade sagen, das ist auch gut, weil an manchen Tagen ist es vielleicht auch ein bisschen schlampig, die Taschenlampe. Ja, aber genau, ich finde, es müsste ein neues Wort her. Also vielleicht sind auch einfach all unsere Hörerinnen und Hörer an dieser Stelle nochmal aufgefordert, sich darüber Gedanken zu machen, ob man das beknackte Achtsamkeit nicht austauschen kann gegen etwas Schöneres. Und wenn wir gerade dabei sind, das Wort Manufaktur kann von mir aus auch weg. Kann auch gehen. Ich bin Micha, 36 und hattet Glück. Seit kurzem habe ich eine Freundin und als ich zuletzt an mein Auto steigen wollte, stand in den Staub der Fahrertür mit den Fingern reingeschrieben, Kuss. Ich schickte ihr ein Foto davon und bedankte mich für die freundliche Botschaft. Ein paar Tage später parkte ich nachts mein Auto im absoluten Halteverbot halb auf dem Gehweg und als ich nachts zurück zum Auto taumelte, hing im Türgriff der gleichen Fahrerseite eine rote Rose. Und ich dachte, Moment mal, die weiß doch gar nicht, dass ich hier bin. Warum kriege ich jetzt noch eine Liebesbotschaft? Und habe sie wieder per Nachricht danach gefragt. Da stellte sich heraus, es war gar nicht sie, die Kuss in meine Autotür geschrieben hatte. Und so kam ich in Zweifeln. Habe ich eine heimliche Verehrerin? Oder ist es vielleicht genau wie bei der Broken Window Theorie, wo wenn ein Fenster eingeworfen ist, noch weitere hinzukommen, dass wenn irgendwo eine Liebesbotschaft geschrieben ist, sich eine weitere dazugesellt. Ich dachte mir, wow, wahrscheinlich ist es genau das. Da, wo die Liebe ist, kommt noch mehr Liebe hin. Und so fahre ich jetzt mit meinem Auto und der Rose im Knopfloch Tag ein, Tag aus durch die Stadt und freue mich über mein Glück. Familie, meine liebe Judith, ist ja etwas, das bei dir mit der Zeit auch sozusagen angeschwollen ist. Du müsstest, wenn ich richtig gezählt habe, vier plus ein Hund sein, ja? Ja, wir sind genau vier plus ein sehr kleiner Hund. Jetzt habe ich irgendwie so eine Vorstellung, ihr habt sehr viel Zeit als Familie auch im Tourbootz verbracht. Ja, teilweise. Und frage mich, was ist enger, so ein Lockdown oder ein Nightliner? Der Lockdown. Ja, ne? Definitiv. Ja, weil, also das Schöne am Nightliner fahren, ich meine, das ist sehr sportlich mit Kindern, ne? Und als wir das so regelmäßig gemacht haben, da waren meine Kinder auch noch sehr klein und das hatte natürlich, also es war sehr schön und sehr lustig und abenteuerlich, aber es war auch eigentlich völlig unmachbar und furchteinflößend und schrecklich gleichzeitig, ne? Und also mit Laufbabys auf Festivalgeländen unterwegs zu sein und in einem fahrenden U-Boot quasi. Das war sportlich? Laufbabys sind diese anstrengenden Babys, die von Schildkröte auf Hase umgestellt haben. Ja, die schon alles können, aber nichts checken einfach. So, ne? Und dann hast du davon zwei und eins versucht immer mit irgendeinem Gabelstapler durchzubrennen und das andere klettert gerade irgendeine Bühnentrasse hoch und so. Das war sportlich, aber trotzdem, also der Lockdown, ich glaube, der Unterschied ist der, ja, dass bei so einer Nightliner-Tour man zumindest weiß, worauf man sich einlässt und dann auch damit arbeiten kann. Und man weiß auch, wann es wieder Ende zu Ende ist. Man weiß, wann es zu Ende ist und bei dem Lockdown fand ich das Harte, dass man eben nicht in so einen Ausnahmezustand gehen kann, wie man das auf Tour macht, dass man sagt, jetzt ist es für, was weiß ich, sogar sechs Wochen, nein, deswegen ist es jetzt so. Sondern man weiß überhaupt nie, wie der nächste Tag ist und man muss ja immer trotzdem irgendwie funktionieren und man muss mit den Kindern ja dann auch irgendwelches, plötzlich irgendwelches Zeug machen, was man nie im Leben sich für angemeldet hat, ja, so. So oft, so, ne, und das war, das Elternsein bedeutet natürlich sowieso das, dass man dauernd Sachen machen muss, von denen man denkt, sich nie dafür angemeldet zu haben, aber das war jetzt im Lockdown schon hoch zehn, auf jeden Fall. Jetzt spulen wir mal ein kleines bisschen nach vorne, da waren deine Kinder noch klein, jetzt sind deine Kinder groß, du hast einen Tweet von nicht allzu langer Zeit abgesondert, der so sinngemäß hieß, es ist scheißegal, wie groß die Bühnen waren, auf denen du als Künstler gestanden hast, wenn du mit deinen Kindern über die Straße läufst, dann laufen die vor dir, weil die schämen sich einfach für dich. Oder ich habe es jetzt so versucht, sinngemäß zusammenzufassen, so ungefähr hast du es gesagt. Ja, genau. Ich habe, glaube ich, gesagt, du kannst Headliner bei Rock am Ring gewesen sein, 15 Jahre später laufen deine Kinder trotzdem auf der Straße vor dir. Warum? Warum? Also es geht mir ganz genauso. Meine Kinder sind 19 und 14 und vier. Mein kleinstes Kind schämt sich noch nicht so doll. Im Gegenteil, die findet es noch lustig. Ich habe wirklich schon, ich habe schon richtig bitterböse Sachen kassiert. Einmal habe ich auf der Straße den Hokey Pokey getanzt. Das hat mir mein Sohn bis heute nicht verziehen. Ja, es geht schnell, wenn man auch ein expressives Wesen hat. Aber nee, also ich fand das in dem Moment sehr lustig und ich habe das auch meinen Kindern gezeigt und sie fanden es dann auch sehr lustig. Aber klar, am Ende des Tages bist du im Zweifel, gerade wenn du irgendwie dich aus diesem relativ eng gefassten Mama-Schema herausbewegt, wie man sich da zu benehmen hat, bist du einfach deinen Teenager nahenlos peinlich. Und dabei müssten sie sich ja eigentlich schämen, wenn man sich, sagen wir mal, in einem engen Mama-Korsett bewegen würde. Das wäre ja im Grunde viel unangenehmer. Aber die Kinder, haben deine Kinder auch manchmal sowas wie, sie wären gerne die Kinder von anderen Leuten? Nee, die sind tatsächlich, also was ein bisschen komisch ist, die letzten Jahre war das ja alles ultra, ultra Indie. Und ist auch so ein bisschen, glaube ich, an den Kindern vorbeigegangen. Und unter anderem dieser Rückzug, der hat ja schon auch damit zu tun, jetzt nicht in erster Linie, aber hat schon auch damit zu tun, dass ich das einfach besser finde für meine Familie, wenn ich jetzt nicht so wahnsinnig prominent bin. Und jetzt gerade, was jetzt gerade passiert ist, dass wir sind Helden plötzlich wieder auf TikTok durchdrehen, aus irgendeinem Grund, den ich nicht verstehe. Aber aus irgendeinem Grund laufen uns plötzlich wieder auch sehr, sehr junge Hörer zu, neue. Und das merke ich bei meinen Kindern, dass die plötzlich mich manchmal so schräg von der Seite angucken und dann doch mal ihre Mutter googeln und dann so ein bisschen kurz mal in ihrem Weltbild herausgefordert sind. Wie, du willst mir erzählen, deine Kinder wussten nicht, wie berühmt du bist? Doch, irgendwie schon. Aber es war sehr abstrakt. Wenn es nicht in, das kennst du ja dann auch, wenn es nicht in deren Welt stattfindet und du irgendwie so, weißt du, so eine, was ich jetzt in den letzten Jahren, war ich ja eher so eine erwachsene Leute-Indie-Künstlerin. Und darin sehr mobside und das fanden sie cool. Aber es war quasi gerade in dem richtigen Maß cool, dass man denkt, meine Mutter hat einen coolen Beruf, aber so richtig toll interessiert es mich auch nicht. Weißt du? Und auch sonst niemanden. Ja, und auch sonst nicht so viele Leute, zumindest nicht meine Freunde. Habe meine Mutter gegoogelt, mir sind die Augen rausgefallen. Sie ist voll berühmt. Ja, aber ich meine, das ist natürlich auch ein bisschen schön. Also das ist, auf irgendeine Art wird es sie, denke ich mal, auch stolz machen. Ja, aber trotzdem bin ich auch froh, dass ich nicht jetzt gerade dauernd bei Rock am Ring auf der Bühne stehe, weißt du, sondern dass man das dann irgendwann mal kichernd mit den Kindern auf YouTube gucken kann. Ja, ja, das mache ich auch manchmal, kichern mit den Kindern auf YouTube, die ich gemacht habe und dann sagen die auch manchmal so Zähne knirschen, ach, das ist ja doch ganz schön witzig. Das ist ja doch ganz schön cool. Schön, wortgewandt, musikgewaltig. Da fällt mir doch noch ein, dass wir tatsächlich nach wie vor Judith Olofernes hier in dieser Sendung haben. Ich freue mich, dass du dir so wahnsinnig viel Zeit nimmst für uns. Wir haben es doch sehr schön. Das stimmt, wir haben es sehr schön. Wir haben jetzt auch schon über einiges gesprochen. Fehlt dir noch was? Ich versuche im Moment immer alle Leute dazu zu kriegen, mit mir so über Reisen zu sprechen, weil ich das so als Eskapismus ganz gerne mache, dass ich mir sozusagen, Reisen ausdenke, die ich dann irgendwann mache, wenn alles wieder geht. Ja, so Touren meinst du? Ich stelle mir auch mein richtiges Erwachsenenleben, also wenn meine Kinder dann richtig groß sind, stelle ich mir immer so vor, dass ich dann so, ich habe neulich einen Podcast gemacht mit Doris Dörrier. Ja, den habe ich gehört. Und die ist ja ein paar Jahre älter als ich und die hat dann immer so erzählt, ja und dann war ich da auf Lesereise in Japan und hier mache ich mein Schreibe- und Senn-Seminar in den Bergen und so und in Chile und so. Und so stelle ich mir dann immer mein quasi, ja ich habe immer das Gefühl, wenn Kinder dann richtig groß werden, dann wird man auch selber nochmal Erwachsener. Und genau. So habe ich es noch nie gesehen, dass man, also natürlich ist Erwachsenwerden ein gleitender Prozess, aber es kann auch sozusagen, man kann auch schlagartig nochmal eine Stufe aufsteigen, da hast du völlig recht. Ja, schon, oder? Wenn die Rolle dann auch wieder so ein bisschen abfällt in gewisser Weise, also natürlich nie ganz, aber nicht mehr so. Ich habe mal vor einer Weile bei meiner Mutter angerufen, da lebte ich alleine mit meinen zwei Söhnen und da habe ich bei meiner Mutter angerufen, da war sie so Anfang, Mitte 50 ungefähr und ich habe zu ihr gesagt, Mutter, kannst du nicht mal vorbeikommen, sie lebt da auch in Berlin und kannst mir nicht mal helfen, hier, ich will was aus dem Keller hoch, das ist mir alles zu schwer, komm nochmal vorbei. Da sagt meine Mutter zu mir, Neline, du, ich habe gestern Abend ganz viel Alkohol getrunken, jetzt habe ich gerade eine Pizza bestellt, ich liege hier auf dem Rücken und gucke mir was im Fernsehen an und da dachte ich, das gibt es doch nicht, das gibt es doch nicht. Wieso macht die denn jetzt den Teenager-Lifestyle, während ich hier irgendwas aus dem Keller holen muss oder was, da stimmt doch was nicht. Aber dann habe ich begriffen, doch, doch, das ist ihre Belohnung. Ja, ich verstehe das total. Sie genießt das und streichelt sich die Plauze. Ich finde das auch total gut, deswegen sollte man mit älteren Leuten befreundet sein, also mit Leuten, die älter sind als man selber, man sollte auch mit Leuten befreundet sein, die viel jünger sind als man selber, weil es wirklich tatsächlich hilft, finde ich so die eigene Lebensphase, so ein bisschen entspannter einzuordnen, oder? Also ich habe jetzt eine beste Freundin, eine neue, enge Freundin, das ist eine Hundefreundin, die habe ich auf der Hundewiese kennengelernt und wir gehen jeden Morgen zusammen mit den Hunden raus und die ist 72. Ach toll. Und mir tut das so gut, ich finde das so gut. Ja, da kann man viele Sachen fragen. Hallo, Ola, du das hörst, ihr hört nämlich immer, hört euch immer. Aber mir tut das einfach total gut, weil wenn ich dann irgendwelche, weiß ich nicht, Schulsorgen oder sowas habe, was ich oft mal habe, weil ich das eine echte Anfechtung finde, manchmal Schulkinder zu haben, vor allem zu Corona-Zeiten. Und dann lächelt sie immer nur so milde und man merkt an so einem leichten Kräuseln an der Stirn, dass sie versucht, sich zu erinnern. Das ist ja auch schön. Ja, und die ist einfach zum Beispiel, die ist so frei in ihrer Tagesgestaltung, wie ich das seit ich Ende 20 war, nicht mehr war. Ja, das ist schon inspirierend, wenn man sich denkt, dass das wiederkommt. Judith, ich habe irgendwie den Eindruck, also jetzt tatsächlich in unserem Gespräch, auch in den Podcast-Sachen, die ich von dir gehört habe, dass du da sehr die Menschen, die Menschen sehr nah an dich dranlässt. Gibt es etwas, das zu persönlich ist, um es sozusagen rauszutragen oder würdest du sagen, nö, zu persönlich, das gibt es eigentlich nicht? Fragezeichen. Fragezeichen. Ich frage mich das auch manchmal, aber jetzt im Moment sieht es ja so aus, als hätte ich mir sozusagen als neue Lieblingskunstform irgendwie das memoiristische Schreiben gesucht, ne? So Essays oder Texte über mein Leben. Und die sind sehr offen und so. Mich fragen das auch Freunde, ob mir das nicht zu privat ist oder so, ne? Oder ich das Gefühl habe, mich zu verwundbar zu machen. Und ich weiß nicht, ich fühle immer in mich rein und denke, irgendwie nicht. Und ich glaube, die Erklärung ist die, dass ich durch das Songschreiben eh schon immer das Gefühl hatte, dass es sowas wie, oder durch das ganze Meditieren, wer weiß, ja? Aber ich habe so ein Gefühl von, dass es dann am Ende des Tages auch nicht so viel Persönliches gibt. Also, weil wir Menschen uns alle so ähnlich sind. Und ich habe immer beim Songschreiben das Gefühl gehabt, je spezifischer man ist und je genauer man hinguckt bei seinen eigenen Gefühlen, umso näher kommt man an was, was im Prinzip schon wieder universell ist. So ist es eben. Wir Menschen sind doch ganz schön, wir haben alle die gleichen Bedingungen auch für unser Leben und da kommen dann auch ganz schön ähnliche Gefühle bei raus. Psycho-Killer vielleicht mal ausgenommen. Ich fühle mich nicht so bloßgestellt oder so, sondern ich habe das Gefühl, ich schreibe über mich, über uns. Ja, über jeden. Ja, tatsächlich, ich weiß, was du meinst. Wir alle haben irgendwie die gleichen Angst, den gleichen Stolz oder ganz ähnliche Empfindungen und deswegen schreibst du nicht über dich, sondern über uns. Ach, das ist aber, das erscheint mir doch sehr ganzheitlich, sehr gemütlich, als ob wir jetzt einen kleinen Kreis gemacht hätten um uns, aber wirklich nicht nur uns beide, sondern uns alle. Eine große Umarmung. Eine große Umarmung. Und vor allem haben wir endlich dieses gottverdammte 2021 hinter uns gelassen. Du fehlst mir gar nicht. Genau. Ach doch, auch das umarmen wir jetzt einfach mal. Frau Scheibe. Na gut. Hässliches kleines Jahr. Auch es möchte umarmt werden. Du hast völlig recht. Das sagt meine Oma auch immer. Du hast völlig recht. Ja, Judith, ich möchte mich bedanken, dass du dabei gewesen bist und fand das sehr schön. War eine Freude. Und ich lege vielleicht nochmal allen Leuten den Salon Polo Fairness ans Herz, denn das ist ein Podcast, wo man wirklich viel über sich selber eingeladen ist, nachzudenken, aber man kann auch sehr gut zuhören. Danke, dass du da warst. Bis hoffentlich bald einmal. Tschüss, danke. Ciao. In der kommenden Woche begrüßt sie hier mein liebenswerter Kollege Utz Träger und ich verabschiede mich einstweilen und sage Tschüss, muss Schluss machen, wird zu teuer. Untertitelung des ZDF.